Hey Lass zusammen und willkommen bei einem kleinen Vlog von mir, beziehungsweise eine kleine Frage. Es ist spät, es ist irgendwie 23 Uhr, ich fühle müde, habe Kopfschmerzen, aber ich wollte das Video jetzt noch schnell machen. Und zwar wollte ich fragen, ob ihr Interesse daran habt, wenn M.O.P. rauskommt, ob ich dann das aufnehme, wie ich level. Ob euch das interessiert, weil ich werde auf jeden Fall im TS sein mit mehreren Leuten. Also wir haben so eine kleine Levelgruppe dann und das würde ich dann mit aufnehmen, wenn das irgendwie möglich ist. Und ja, würde das vielleicht online stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das machbar ist, weil das sehr viel Material werden wird und ob das überhaupt spannend ist. Das sind fünf Level und sehr viel E.P. benötigt man das dafür. Und ja, es ist nur so eine kleine Idee. Ist wahrscheinlich auch nicht so interessant, das Leveln. Also je nachdem, wie ihr wollt. Oder wollt ihr dann lieber mehr Guides sehen? Auch über die Bosse, weil ich versuche natürlich so schnell wie möglich Raid-Einschluss zu finden. Beziehungsweise in unserer Gilde dann auch zu raiden. Zumal ich dann auch Raid-Leiterin werde und so oder so die Bosse studieren muss. Und da kann ich dann auch einen Video-Guide drüber machen. Wenn ihr dann ihr an sowas Interesse habt, anstatt einem Level-LP. Ich glaube, so ein Level-LP ist nie besonders interessant. Also ich persönlich finde es nicht so gut. Aber ich wollte mal trotzdem eure Meinung dazu hören. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr lieber so ein LP wollt, so ein Level-LP von 85 auf 90. Oder doch lieber die Guides, die dann kommen, wenn es so weit ist. Vielleicht auch Berufe-Guide. Ach, ich weiß nicht. Ich habe so viel im Kopf, aber es ist irgendwie manchmal ein bisschen doof, das alles umzusetzen. Zeitmäßig und vor allen Dingen auch manchmal die Lust, weil ich das einfach hier alles nur aus Spaß betreibe. Ohne jetzt großartig was dahinter haben zu wollen. Bla bla, es ist spät und ich bla bla wieder scheiße. Also deswegen nimmt mir das auch nie übel, wenn mal eine Woche oder so oder mehr länger kein Video kommt. Weil ja, es ist halt alles nur Spaß bei mir und ich bin kein, ich bin kein, ja kein, ja kein LP, der das mit Leib und Seele ist. Also dazu habe ich halt zu viel beruflich zu tun und privat, um das wirklich extrem zu betreiben, irgendwie andere LPR, die vielleicht jetzt schon davon leben können. Okay, ich fange wieder an zu gännen. Das heißt, ich habe genug gesprochen. So. Ja, wünsche ich euch jetzt eine schöne gute Nacht. Ich gehe jetzt ins Bett und schreibt es mir doch in die Kommentare, was ihr denn gerne zu MOP so wollt. Okay, bis dann. Tschüss, tschüss.